So, 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 wir sind wieder ge... Ah, Spinnen, wie ich sie hasse. Wir sind wieder genau hier. Weil ich eigentlich die Lampe anmache. Wie konnte man nochmal die... Warte mal, M? Ah, jetzt hab ich Kompass. Aha. 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 Wie krieg ich den Kompass jetzt wieder? Wieder mit M? Ja, komisch. Wie krieg ich den Kompass jetzt wieder weg? Aha, mit. Hast du. Äh, gut. Also, ich hab... Äh... Informationen bekommen, dass ich doch am besten doch diese Waffe nehmen sollte. Und nicht unbedingt die Gas. Jetzt hab ich die AK. Aha, ich habe eine AK. Aha. Auch in den Weißen. Ähm... Der hat... So, ja. Dann bleibt das jetzt hier liegen. Den Rucksack würde ich eigentlich liebsten können sie auch noch nehmen, aber es funktioniert so nicht. Ich könnte da raus und ich könnte da raus. Kann ich hier nicht einfach erschießen? Das sind Messer. Halt, was habe ich denn auf der... auf der Schmeißtaste? Was war denn meine Schmeißtaste? Ne, ich nicht. Messer. Ja, Messer sind nicht schlecht. Messer war... Irgendwas. Na, das wird ja lustig. Das wird schrecklich. Das wird schrecklich. Das wird so schrecklich. Schalldämpfer. Schalldämpfer. So. Ich hätte auch sowas von auffallen. Ich überbringe jetzt, äh, meine Wartezeit bis Elite Dangerous, äh, geupdatet hat. Mit dem Horizons Update, wie ich hoffe. Ähm, indem ich Metro aufnehme. Weil ich habe ja lange keine Folgen mehr. Seid ihr jetzt stolz, da ich die AK habe? Ich hoffe doch. Wie du sagst mir, dass ihr stolz seid. Jetzt habe ich das alles für umsonst gemacht. Oh Gott, der pfeift laut. Okay, hier hinten gibt es nichts mehr. Okay, so sieht eine Moskau Metro. Eigentlich nicht ganz aus. Na gut, ich war vielleicht nicht in allen, aber ich war in vielen. Oh Gott, du willst mich doch jetzt verarschen. Ich will nicht mehr wie wie ducken, war Steuerung. Tastatur. Bewegung. Äh, Griechen. Strickt. 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 Das war doch jetzt cool, hä? War das jetzt cool oder war das jetzt nicht cool? Kann ich den mitnehmen? Ne, geht nicht. Was bist denn du? Irgendwas mit Schalldämpfer. Was bist denn du? Ach, bist du hier? Wie heißen die? Ich sage dauernd Bussard. Ist das ein Bussard mit Schalldämpfer? Steht das hier irgendwo? Ne, da steht wieder. Nirgends. Nirgends steht das. Ich lasse mich mal da. Okay. Hast du einen Flammenwerfer dabei? Hier, hier patrouilliert doch nicht sonst noch jemand, oder? Kann ich da wieder rein? Ne, irgendwo nicht. Ich will eigentlich dauerhaft genug gehen. Was machst du da? Was bist du? Ich kann dich nicht nehmen. Okay, ich kann dich nicht nehmen. Ich möchte dich nicht nehmen. Fisch aus. Hm, die Toiletten. Was ist eigentlich meine genaue Aufgabe, Leute? Kann ich hier unten durch? Cool, aber hier kann ich mich wahrscheinlich erst nur Notfall selber verstecken. Oh Gott. Ähm. Einer weniger, Kompagnon. Nein, du hast nichts gesehen. Nichts gesehen, nichts gehört. Na, was macht ihr da? Da ist eine Geräuschfalle. Kannst du da mal runtergehen? Kannst du da mal runtergehen? Gerade auch nicht. Oh Gott, das ist wirklich wahnsinnig. Okay, jetzt mal ganz... So. So gimme meine Magazine. Scheiße. So. So gimme meine Magazine. Oh Gott, oh Gott. Wenn ich das nicht cool mache, ey Leute, dann. Was war das? Was war das? Was war das? Hä? Hä, der ist tot? Der ist tot? Wie, ist der gestorben? Was ist passiert? Der hat jemand umgebracht? Hallo, ist hier jemand mit mir verbündet? Der ist tot? Okay. Ich könnte ihn jetzt ganz leicht umbringen, aber... Kann ich ihn schärfen? Ne. Da komme ich ohnehin einfach lang? Das sind Schlüsse. Ich bin verwirrt. Na? Okay. Okay. Die lassen hier Haufen... Haufen Licht an. Überall brennt hier Licht. Ey, mach ich das nicht delzig hier, ey. Irgendeine Schrotfinde, glaube ich. Ein Helm? So kann ich den Helm nicht mitnehmen? Und Sachen. Okay. Mir hat man ja gesagt, ich sollte am besten nur eine Folge nach der anderen machen. Dann kann man mir was Tipps geben. Genau, diese Kommunisten. Na? Kann ich nie alle umbringen. Äh, jetzt verraten wir nochmal. Tabulator oder... Die Einsatzziele. Ja, die Erdhoffleche immer wärmer wird, sind die Telepatenrudel gewachsen. Und oftmals schicken sie später aus. Pass auf, wenn du einen siehst, denn in der Regel sind dann noch mehr von... Hä? Das ist... Ja, das ist ein Tipp, aber... Ja, nee, ähm... Ähm... Nein! Oh Gott, 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 oh Gott... Ich will doch nur auf, auf Dings zugreifen. Ach, ich darf nix in der Hand haben. Ich habe ich nix in der Hand. Eins, zwei, drei, vier... ich will nichts in der hand haben verdammt noch mal ziemlich verarschen wie lege ich denn die waffe aus der hand ich will es nicht ich will nie wo lange ich muss ich habe eine idee ich muss ja irgendwie lang ja mr chico day muss ja hier irgendwie lang mit mir leid kompagnon ok sind alarmbereitschaft sind in alarmbereitschaft ich hab doch schalldämpfer verdammt noch mal wieso habe ich einen schalldämpfer wenn man das so gut hört guten schalldämpfer durch das uni also reduzieren aber trotzdem verdammt ich werde die einladen anderen entdecken ich hätte versuchen sollen den irgendwie station stets sich auszuschalten da ist noch was da ist noch jemand gestorben hier der wurde erlebt noch irgendjemand ist hier versteckt ist auf meiner seite ok die harten die kompakt ausgestattet nicht auf die 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 alle ja 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 nein ich bin eine mämme verdammt ist ein mist stück so ist habe ich noch nie gehört ja bleibt weiter ruhig die nervt ganz schön wisst ihr das schön sehr interessant dass sie hier nicht mehr lang kommen nicht mehr es dürfte vielleicht nur noch einer leben oder ein snipergewehr wäre doch nur was sein nein komisch gestor nicht mehr ich habe das von mir erwartet leise ich mache das extra so ich geh jetzt extra noch mal zurück ja ja miss stück miss stück was meine nein ne ich war die ne 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 Ich seh euch nicht Ach da Ich seh euch nicht Cool So aus So Eigentlich kann ich fast äh So ne Sprengbladung machen So Vorsichtig auf Ach Oh Gott Gut Das war ne gute Idee mit dem Sprengsatz Was Cool Verdammt 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 Na das glaub ich nicht Ohohohohoho Oh er lebt noch Jetzt nicht mehr Na Na immer in action so und wie ich weiter hier diesen ganzen außenposten hier auseinandernehme das sehen wir dann in der nächsten folge würde ich sagen ich wünsche euch noch einen schönen tag ihr doktor oberhaut